so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gucken wir uns mal die neue grafikkarte von leslie an und zwar die terabyte 75 gigabyte die terabyte aus dem sonderpreis baumarkt eine neuheit dieses jahr auf jeden fall im sonderpreis baumarkt ich weiß nicht ob die neue von leslie ist 23 sekunden 20 mm kaliber 170 gramm nehmen ob das stimmt das finden wir mal ganz schnell raus und ja tatsächlich ist schon wirklich hier steht auch noch mal drauf 170 gramm dieses design ist einfach schon schön genug und dann ist sie auch noch unfassbar günstig und hat echt top effekte mit blauen sternen brokat kronen und was weiß ich nicht alles gucken wir mal schnell hier rein so sieht das dann aus ist echt sogar ganz schön schwer und kostet nur fünf euro also wenn die jetzt wirklich so gut ist dann habe ich echt keinen fehler gemacht und die mitgenommen ich freue mich auf jeden fall auf dieses teil die terabyte von leslie und die machen wir jetzt viel spaß mit der terabyte jetzt der terabyte von leslie für wiki ähm ich hab schon wieder den effekt vergessen aber egal wir sehen es ja viel spaß viel spaß viel spaß 5.5er, ne? Edel. Edel. Edel.